So und hier ist bestimmt nichts. Bitte was? Was war das denn? Nochmal. Und damit wieder ein recht herzlichstes Willkommen hier zurück zu Elden Ring. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut mich sehr. Wir sind genau in der gleichen Position, wo wir im letzten Part aufgehört haben. Wir wollten ja hier noch in diesen Abwasserkanal reinspringen. Was vermutlich einfach nur ein Kanal war, ist, wo wir schon waren. Deswegen schauen wir da jetzt direkt mal rein. Hier links rechts geht's lang. Okay. Wir schauen mal. Hier ist schon mal eine Ratty vor uns weggerannt. Okay, wir waren hier noch nicht. Hier ist ein Item. Also kennen wir das noch nicht. Kannst du runter droppen. Hi, Riesen-Ratti. Mama-Ratti. Okay, ich muss mir merken, wo wir jetzt langlaufen. Kein versteckter Pfad. Oh, da geht's auch wieder runter. Ist auch noch ein Item. Okay. Oh, das ist wieder so eine besessene Ratte hier. Hä? Sind wir jetzt einmal im Kreis gelaufen? Ja, wir sind einmal im Kreis gelaufen. Das ist schon mal gut. Dann laufen wir jetzt noch einmal in die andere Richtung. Genau, hier sind wir gerade runtergekommen. Wo wir in die anderen Dinger rein droppen. Gucken wir erst mal hier noch lang. Oh, jetzt kommt hier der Käfer hauptsächlich. Hier ist er. Na also, also sind wir doch wieder in einem Rohr, wo wir vorher noch nicht waren. Der mir nichts gebracht hat. Schade. Das war der, den wir die ganze Zeit da oben immer gehört haben. Hier ist noch einer. Aber nur für Pots. Oh, nehme ich trotzdem. Noch einer. Oh. Der mir auch nichts gibt. Oh, wie verwirrend schon wieder. Okay, wo sind wir jetzt? Aha. Okay. Okay, ich weiß, wo wir sind. Hehehe. Alles klar. Hier unten in dem Rohr scheint auch noch einer drin zu sein. Ein Käferchen. Okay. Also hier geht's nicht weiter. Warte, ich guck noch mal kurz. Droppen kann man nicht nach unten, oder? Außer da nach ganz unten. Okay. Gut, gut, gut. So. Jetzt weiß ich schon wieder nicht, von wo wir gekommen sind. Okay, hier war Sackkasse. Hier sind wir, glaube ich, nicht abgebogen, oder? Oh Mann. Das ist nur so einer. Auge von Jelok. Hatten wir schon mal gefunden. Umglitzert's hier so. Ach, dann ist da einfach nur gerade der Käfer verschwunden. Hier, da, da geht's nicht weiter. Dann bleibt ja nur noch einer von den zwei. Hier sind wir auch noch nicht. Warum sind hier so viele Heilkäfer? Oh. Okay, hier geht's auch nicht weiter. Hm. Interessant. Gut, na dann. Bleibt jetzt wirklich nur noch eins von den zwei Dingern, wo wir droppen können. Frage ist nur, welches wir nehmen. Ich hab mich verlaufen. Ich hab mich sowas von verlaufen. Ich hab mich 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 verlaufen. Na, endlich. Junge, bin ich jetzt hier lange drin rumgeirrt. Okay, wir haben jetzt hier einen Droppoint. Wo war der andere? Hier ist der andere Droppoint. Hier müsste es wieder rausgehen, ne? Ah ne, gar nicht. Wir sind ja hier reingedroppt. Okay, hier brauchen wir nicht rein. Das sind die Viecher. Da waren wir glaube ich schon. Dann nehmen wir erstmal den anderen. Hier ist nämlich nur ein Item. Oh, hallo. War aber nicht nett von dir. Ah, hier haben wir jetzt einen Shortcard. Cool. Genau, und das ist der andere Droppoint hier. Okay, ja. Gut, dass wir den Weg hier gegangen sind. Hätten wir den Shortcard nämlich nicht aufmachen können. Okay. Dann hier lang. Wo geht es jetzt hier noch lang? Hier sind wir gerade runtergekommen, oder? Noch was davon? Ah, egal. Hi. Ach, jetzt sind wir ganz unten, oder was? Aufzug suchen. Ach, kommt jetzt hier der Aufzug? Hi. Oh, hallo. Oh, da ist noch einer. Ja. Okay. Ritualtop. Gnade voraus. Gnade voraus. Oh, sehr schön. Ja, dann haben wir jetzt hier den Aufzug. Cool. Ach, du Scheiße. Hier geht es hier tief runter. Okay. Ne. Irgendwie geht es nicht runter. Geil. Neue Gnade. Na, hallo. Okay, wo sind wir jetzt hier? Tiefe der Verlorenen. Bin hier mal wieder gespannt. Da kommt jetzt bestimmt hier ein Boss, oder sowas. Ja, das sieht ganz nach Boss, oder Dungeon aus. Ey, wie weit es halt runter geht, ne? Schmiedestein 6. Definitiv Boss. Muss du mir nicht erzählen. Okay, wir rüsten schon mal Mimik aus. Wo bist du? Hä? Warum habe ich denn keine Mimik mehr drinne? Ach. Idiot. Ja, sorry. Weiß schon. Wir hatten Mimik hier ausgerüstet, ne? Genau so war das. Damit das schneller geht. Ich erinnere mich. Okay. Okay. Ich will mich trotzdem vorher nochmal auf. Hm, ich hab's gewusst. Mo... 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 Das mal. Okay. Dann zeig mal, was du kannst. Sieht aus wie der Blutfürst. Und der macht auch Blutungsschaden. Okay. Alter. Oh, Mimik ist gleich weg. Ist nicht gut. Ja, komm, wir haben dich fast. Ach komm, du warst doch schon fast down. Ach komm, du warst doch schon fast down. Ach. Ach komm, du warst doch auf dich? Oh. Ach. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da hatten wir doch mal den anderen, ne? Aber welchen packe ich jetzt raus? Genau. Er hat maximal LP, Ausdauer und Ausrüstungsgewicht. So viel besser ist der jetzt nicht unbedingt. Na, cool. Aber nein. So, und hier ist bestimmt nichts. Bitte was? Kein Ernst? Hinterm Bossraum direkt? Alter, ist doch nicht euer Ernst. Jetzt geht es hier noch weiter. Begegnet. Oh. Ich soll hier anscheinend nicht sein. Versiegelt von Morgoth. Dem Gnadenbeschenkten. Okay, hier geht es nicht weiter. Schade. Na gut. Ist aber auch der passende Platz, um... ...den Part zu wenden. Damit sag ich wieder. Recht herzlichsten Dank. Fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderhübschen Tag. Und wenn ihr denn wollt, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank. Schaut da rein. Die Musik ist schön. Ich wünsche euch noch ein paar abein. Die Musik ist schön.